Hallo, mein Name ist Dwayne Beckers. Ich bin ein Dozent in der Jungen-Kunstwerkstatt hier in VWG. Ich leite seit fünf Jahren einen Mahl-Kurs für Kinder namens Mahl-Doch-Mahl-Eines. Und seit diesem Jahr habe ich angefangen Workshops für große Kinder und Jugendliche, Tod-Workshops und Eco-Print-Workshops. Und auch habe ich einen Workshop für erwachsene Ideen. Was bedeutet VWG für dich? VWG ist auf jeden Fall ein festes Teil von meinem Leben, als ich vor 25 Jahren erst mal in Deutschland kam. In meiner ersten Begegnung möchte VWG an einem Deutsch-Sport-Kurs belegen. Wenn jemand mir damals gesagt hat, dass ich 20 Jahre später, ich würde hier als Verwender machen, ich habe es vielleicht nicht geklappt. Aber hier bin ich. Tja! 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 Vielen Dank.